Die Arbeiter stirbt auf WM-Baustelle in Katar Rhein. 23-jähriger Nepalese ist bei Bauarbeiten an einem Stadion für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ums Leben gekommen. Das teilte das Organisationskomitee des Turniers am Dienstag mit. Der Unfall, zu dem keine Details bekannt gegeben wurden. Habe sich am Al-Wakra-Stadion ereignet, eine Untersuchung sei bereits in die Wege geleitet worden. Die Tragödie vom Dienstag war nach offiziellen Angaben der erste Todesfall im Rahmen der Erarbeiten zur WM 2022. Seit Januar 2017 damals stürzte der Brite Seq Cox im Khalifa International Stadium zu Tode. Eine anschließende gerichtliche Untersuchung eines britischen Gerichtsmediziners beschuldigte die Baufirma, dem 40-Jährigen eine minderwertige Ausrüstung zur Verfügung gestellt zu haben und kam zu dem Schluss, das Arbeitsumfeld auf den WM-Baustellen sei geradezu gefährlich. Die Arbeitsbedingungen im Land des WM-Gastgebers von 2022-21 November bis 18. Dezember stehen seit längerem in der Kritik. Die Arbeitsbedingungen im Land des WM- recaotent. Die Arbeitsbedingungen im Land des WM- países aus dem WM- mult bunden sind. In Global conducen der Quad-Zuemasre ins Manager hat das Aufizien hin. Wir berufen wie Tag-Zuelp, Diel und Bild.